Sieht ja schon imposant aus, ne? Aber was genau willst du mir mit diesen Dingern sagen? Rechts, links, rechts, links? Immer schieben, oder was? Oder... Hä? Die Säulen, Quatermain! Lauf immer auf die Säulen zu! Auf die Säulen! Ich lauf immer auf die Säule zu! Und dann? Quatermain! Höhöhöhöhöhö! Höhöhöhöhöhöhö! Ja, das ist... Tausende von Jahren alt, aber die Fallen funktionieren noch immer! Aber was, die labert! Lauf immer auf die Säulen zu! Lohnt es sich, unser Leben zu riskieren? Ja, ja! Warum genau lohnt es sich nochmal, mein Leben dafür zu riskieren? Ja, genau! Warum macht ihr das nicht? Es wird uns, ähnlich wie die Träne der Isis, Zugang zur anderen Hälfte des Herzens gewähren! Quartermain, Vorsicht! WTF? Habt ihr einen Bewegungssensor oder was? Die Säulen, Quartermain! Lauf immer auf die Säulen zu! Die Säulen! Ja, aber bist du behindert? Lauf immer auf die Säulen zu? Auf was für Säulen? Ich laufe drauf... Die Säulen, Quartermain! Lauf immer auf die Säulen zu! Vor allem, wo bist du? Verpiss ihr euch einfach, oder was? Schreist du... Ernsthaft? Sie ruft aus Timbuktu? Was macht ihr da hinten jetzt? Boah, ob ihr behindert seid? Was zum Fick soll ich hier tun? Das sagt mir nischt! Die Säulen, Quartermain! Lauf immer auf die Säulen zu! Die Säulen, Quartermain! Lauf immer auf die Säulen zu! Alter! Ich glaube, das ist ein... Frust-Rage-Spiel gleich, wenn das auch weitergeht! Was genau soll mir das sagen? Wenn ich auch nur einen Schritt dahin mache... ...macht's Piu und ich bin tot! Ein Mucks, Fräulein! Und dann probiere ich einen Headshot bei dir! Haben die dann irgendwo... Das hier scheint die einzige... Na gut, die drei... ...die man bewegen kann! Kommt es darauf an, in welche Richtung ich gucke? Ich probiere es einfach mal aus! Ne, warte, das behalte ich! Ne, das ist... Nein! Wenn ich mit dem Rücken zu der stehen würde... ...um da hinzukommen... ...mit dem Rücken... Aber ich glaube, das nimmt sich nichts! Ich sterbe ja trotzdem! La, 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 la! Siehste? Ach, schön! Oh, halt die Fresse! Halt die Fresse! Halt die Fresse! Die möchte ich töten! Die Säle! Die Säle! Ja, ja, ja! Deine Mutter mich auch! Warum genau lohnt es sich nochmal, mein Leben dafür zu riskieren? Es wird uns, ähnlich wie die Träne der Isis, Zugang zur anderen Hälfte des Herzens gewähren! Das bringt nichts! Was genau ist das? Die Säulen-Quarter-Main! Lauf immer auf die Säulen zu! Heißt das, wenn ich renne... ...werde ich nicht getroffen? Die Säulen-Quarter-Main! Lauf immer auf die Säulen zu! Ich werde gleich zum Tier! Ich kann ja mal try... ...ob der so weit sprinten kann? Alter, halt die Fresse jetzt! Ich hab's verstanden! Boah, ey! Ja, und warum nicht einfach die? Warum sollte ich jetzt zur dritten... Moment, äh, wie denn? Erst die, dann die, dann die... ...die Säulen-Quarter-Main! Alter! Du siehst... Also, wenn du hier wärst, würdest du sehen, dass ich's verstanden habe! Na! Na, aber wie? Wie denn? Hinter den Säulen verstecken! Die Mutter-Hucke-Pack nehmen! Die Säule! Warum hat das denn jetzt funktioniert? Ich verstehe es nicht. Okay. Okay, okay. Alter! Aber warum sehen sie denn so aus? So. Uh. Tottenkopf. Was genau bist du? Ja. Sieht hier wohl ein bisschen anders aus. Aha. Hä? Verfügbare Schätze 2, da brauche ich aber 3. Map. Deine Kampfkraft gegen Kreaturen der Finsternis. Taschenlampen auf Ladegeschwindigkeit erhöht. Okay. Natürlich. Jetzt gleich die Kacke am Dampfen. Wetten. Ich bin der König der Welt. Ach, den soll ich gar nicht wegnehmen. Und dann? Haha. Äh. Ihr könnt jetzt runterkommen. Es müsste sicher sein. Müsste. Und dann? Was soll ich hier irgendwas machen? Hast du wieder was Neues? Ich sag dir, ihr könnt jetzt runterkommen, Bitches. Ist das wieder so ein... So ein... So ein hier? Nö. An der Decke? Achso. Sind aber nur 2. Uta? Eins. Zwei. Drache. Das sind beides die gleichen. Oder so ähnlich. Was habt ihr eigentlich Schönes? Habt ihr was für mich? Irgendwas? Ihr seid do... Uff. Ha. Äh. Äh. Ist das das hier? Sie wollen sich noch nicht drehen. Hä? Da so Drache. Guckt in die Richtung. Und da... So was ähnliches. Äh. 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 Du bist hier? Woll das das sein? Eventuell. Und du? Hast hier nichts. Verstehe ich nicht. Ja. Hör auf Doktor Hagen, Quartermain. Diese Symbole müssen irgendwie mit denen auf der Säule zusammenhängen. Ach, Mann. Ja, Lenschen-Symbole. Ich sehe nur eins. Hör auf Doktor Hagen. Ja. Hör auf, Blah. Dann... Ja, dann... Mach mal. Musst du dann in die Richtung gucken, oder nicht? Halt's Maul, Fotze. Ich hab die Schnauze voll von dir. Äh. So, der ist da. War aber vorher schon. Von dem hab ich keine Ahnung. Ist der denn genau gegenüber? Ja. Dann... Mach ich so. Hm? So. Hör auf Doktor Hagen, Quartermain. Diese Symbole müssen irgendwie mit denen auf der Säule zusammenhängen. Zu schade. Schade. So, und da ist der Hannes. So, jetzt. Oder so. Vielleicht. Ah! Oh! Äh, Vogel. Vogel? Vogel. Okay. Okay, warte. Dass man die nicht in die andere Richtung drehen kann. Nur mach. Mach. Vogel. 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 Da, Vogel. Da, Vogel. Also... Hä? Ich mach einfach, wie ich denk. So. Und... Ja. Äh, ja. Äh. Äh. Ne? Geh weg, olle Otze, ey. Was sind nur diese drei? Was anderes ist da nicht. Und die anderen Zeichen helfen auch gar nicht. Ich hab keine Ahnung, was wohin gucken muss. Wie hat er jetzt so gesagt? Keine Ahnung. Ey, vor allen Dingen, wenn man immer wieder hier gucken muss, ob's richtig ist und man kein Klick und nix hört, ist scheiße. Ich hab keine Ahnung, was ich hier getan hab. Nee, tun wir nicht. Da ist noch was. Nee, nee, warte, ich geh noch nicht. Wie, jetzt geht wieder nix? Hä? Hä? Geh, ich rechte in der Annahme, dass das nicht so sein soll. Und der Main gehen wir. Halt's Maul, Puppe. Das geht so nicht. Warte. Nee, da zeigt's nicht gut. Ach, komm schon. Kann man die ausschalten? Also die Olle. Weil wenn dat jetzt verbuggt ist hier, ne, und das ist es. Moment. Ach, schade. Ich dachte, er fällt jetzt hier rein und ist tot. Hier kann ich jetzt ja gar nichts mehr dran machen. Das heißt... Wie krieg ich das dazu, dass es aufgeht? Ich weiß es nicht. Wenn... Wenn... Von der Main gehen wir. Hä? Das sind jetzt... Andere? Äh... Wir sollten wirklich weiter. Ja, ja. Ich ignorier dich jetzt einfach. Das ist jetzt ein Elefantenkopf oder so. Elefantenkopf. Ele... Da. Und zwar... Hier hin lauf ich jetzt. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Oh, ey. Hoffentlich funktioniert das jetzt noch. Keine Ahnung. Elefantenkopf. Will ich jetzt halt so. So. Ich höre immer nur bla, bla. Den ganzen Tag bla, bla. Och. Mann. Ich glaube, wir sind uns einig, dass ich diesen Schatz haben muss. So, der Main, gehen wir. Hm. Oder dass die Zeichen wieder hier so... Wenn dieses Zeichen hier überhaupt ist. Wir sollten wirklich weiter. Hm. Tschüss. Dich hält keiner auf. Bitte. Oh, bitte, bitte. Bitte. Wurde wegen ihm hier. Es geht nicht mehr wegen dem, ne? Komm da runter. Bitte, komm da runter. Ach, Mann. Wir verdröden hier viel zu viel Zeit. Nee, das ist kein Trödeln. Das ist Verzweifeln. Ich hab noch keine Ahnung. Was soll das überhaupt sein? Das da. Und das nach da zeigt? Und das nach da. Ach, komm schon. Oh, bitte. Sei lieb. Ja, ich denke mal, es wird einfach nicht mehr funzen, weil das Ding jetzt denkt, hey. Spiel vorbei. Ich mach schon mal Urlaub. Ja, lauf, die Arschkrampen hier. Nichts nur Ziegen. Ja, die Arschkrampen hier. Yay, Action. Wo auch immer die jetzt herkommen. Man weiß es nicht. Wieso schieße ich in diesem Spiel so schlecht? Wie du lebst noch? Hör mal auf zu leben. Oder die halten einfach mehr aus? Ey, sag mal, ich treff doch. Warum? Hey, hier. Granate. Endlich mal. Aktion hier. Ja. Äh, das war's auch schon. Was? Eine Thompson. Hm. Hm? Hä? Wieso hab ich den denn jetzt hier? Was? Achso, ich kann auf einmal drei Waffen... Äh, hä? Ja, ja. If you say, ich auch. Dann ist halt halt so. Wie? Darf ich nicht mehr? Herr Quartermain, bitte überprüfen Sie, ob dieses Ding noch funktioniert. Es würde uns nämlich eine Menge Zeit sparen. Ja. Wenn wir hier runterspringen. Wie und wo genau soll ich das... Ja, jetzt, okay. Ich könnte euch auch einfach erschießen und schwimmen lernen. Das hört sich nicht gut an. Okay, die Synchro war schlecht. Hallo? Soll ich was tun?